Ein herzliches Grüß Gott und Dobriden an unsere Freunde in Bratislava und der Slowakei. Wir sind vom Wiener Wiesenfest, das österreichische Oktoberfest, das 18 Tage lang im Wiener Prater stattfindet. Untertags ist der Eintritt frei. Es kommen zu uns fast 2000 Musiker, die 800 Stunden Musik spielen. Wir haben ungefähr 150 Konzerte. Es kommen alle Regionen aus Österreich mit ihren wunderschönen Trachten, kulinarischen Spezialitäten und viel, viel Musikern und Tänzern zu uns. Es ist für jeden was dabei, auch eine Kinderwiese. Und bitte kommt aus Bratislava und der Slowakei zu uns. Nastrovje!